Habt ihr auch schon mal gedacht, diese Stimme kenne ich doch irgendwoher? Hier kommen bekannte Schauspieler, von denen ihr bestimmt noch nicht gewusst habt, dass sie dieselbe Synchron-Stimme haben. Die ersten Charaktere, die sich eine Stimme teilen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Und zwar sind es Damon Salvatore aus Vampire Diaries und Leonard Hofstetter aus The Big Bang Theory. Könnt ihr euch vorstellen, wie Leonard irgendwas sagt, was von Damon kommt? Hallo, Bruder. Die nächste Synchronsprecherin hat auf jeden Fall eine Stimme, die man sehr schnell wiedererkennt. Unter meinem Video Erkennst du die Serie an den Stimmen, habt ihr mir sehr oft geschrieben, dass ihr die beiden verwechselt habt. Nämlich die Stimme von Tokio aus Haus des Geldes und Arya aus Pretty Little Liars. Lustiger Side-Fact, die Synchronsprecherin spricht auch Ashley Tisdale. Wenn ich mir Tokio und Sha-Pei aus High School Musical so angucke, wäre mir das nie aufgefallen. Und Max Felder, mit dem ich auch schon ein Video gedreht habe, spricht nicht nur Ron aus Harry Potter, sondern auch Jacob aus Twilight. I mean, what? Ich hab noch nie Twilight gesehen und mir bei Jacob gedacht, ja, das ist Rons Stimme. Springer nach H3. Aber ich hab auch das Gefühl, dass er da ganz anders spricht als Ron. Welche Synchronstimmen habt ihr schon mal wiedererkannt? Schreibt's mir in die Kommentare und abonniert für mehr.